Steuern an den Kaiser zahlen Jesus bringt den Menschen etwas bei Einmal kamen ein paar Leute zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie fragten ihn, Lehrer, erkläre uns doch bitte, ist es richtig, dass wir Steuern an den Kaiser zahlen? Das jüdische Volk, zu dem Jesus gehörte, wurde damals von den Römern beherrscht, die sie zwangen, hohe Steuerbeträge an sie zu zahlen. Jesus wurde wütend. Ihr wollt das doch eigentlich gar nicht wissen. Ihr wollt doch einfach nur, dass ich etwas sage, das die Leute wütend macht, weil ihr mich loswerden wollt. Gebt mir eine Münze. Wessen Gesicht ist in diese Münze eingeprägt? Das des Kaisers? Dann gebt dem Kaiser, was ihm gehört und gebt Gott das, was er von euch verlangt. Darauf konnten sie nichts mehr sagen und gingen weg.